Wenn Sie merken, dass Sie auf einen Kollegen eifersüchtig sind, der mehr Erfolg hat als Sie, oder dass Sie jemanden beneiden, der etwas besonders Wertvolles besitzt, wandeln Sie diese innere Einstellung um, indem Sie das richtige Gegenmittel zu eben dieser negativen Emotion finden. Im eben geschilderten Fall würde man versuchen, sich über das Glück des anderen zu freuen.